Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit mir und zwar heißt es OMSI 2, der Straßenbahn und Omdibus Simulator. Ja, von dem 3. August an ist ja OMSI auch ein Straßenbahn Simulator geworden und ja, mit dem neuen Straßenbahn Add-on NF6D. Okay, wir werden heute, ich werde euch heute das Hamburg Tag und Nacht Add-on zeigen mit dem 3 Generationen Add-on, mit den 3 neuen Bussen und ja, dann wünsche ich euch mal viel Spaß. Ich muss eben nochmal in den Auktionen gucken, ob alles vernünftig eingestellt ist, so wie es eingestellt werden sollte eigentlich. Ja, ist alles wunderbar eingestellt, wir können los, wir können, ich starte mal die Map dann und am U-Bahnhof Alsterdorf. Jetzt werde ich mal die Hilfspfeile anschalten und dann mal einen Bus auswählen. den Hamburger Stadtbus auswählen, mal, dann gibt es auch noch eine Sohle-Variante, aber ich nehme hier den Lenkbus AH 2012, das ist nämlich einer von den 3 Generationen. Und nicht in Sonnengelb, sondern Hochbahn Euro 6, Format, Erbung und vom U-Bahnhof Alsterdorf soll er hinplatziert werden, der Bus. Ja, und dann wünsche ich euch Spaß an, Sangen sind auch dabei und wir spielen, wir fahren heute die Linie 109 vom U-Bahnhof Alsterdorf nach, nach Hamburger Hauptbahnhof, äh, Hamburger Steintordamm Hauptbahnhof geht die Linie, da wünsche ich euch dann viel Spaß. Erstmal machen wir jetzt mit E die Bordelektronik an. Damit schon mal die Bordelektronik an ist, wo man sich dann hier schon mal anmelden kann. Da zoome ich dann weiter ran, damit ihr auch mal sehen könnt, wie das aussieht, hier alles. Die Fahrernummer ist 45341, PIN ist 1506, Nutzerrechte werden geladen, und noch die Dienstnummer, 73, Probe-Druck, bitte geben sie ihre Umlaufnummer ein, deswegen müssen wir jetzt einen Fahrplan auswählen, Linie 109, Umlauf U-Bahnhof Alsterdorf, 8, 8 Uhr 17, ist nämlich jetzt schon, dann müssten wir jetzt schon losfahren, Umlauf 66101, 6411, 6811, 6411, 6911, 6811, Guten Morgen! Moin! Guten Tag! Moin! Moin! Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! facts! Nächste Reitestellung in die Straße. 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 Guten Morgen. Guten Tag. Morgen. Guten Tag. Moin. Nächste Reisestelle. Blinkseichmutter Marktplatz. Schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Vielleicht auch noch mal eine andere Simulation oder ich habe noch anzubieten, einen Euro Truck Simulator 2, eine sehr schöne Simulation oder einen American Truck Simulator, die in Kalifornien getan hat. Nevada und Arizona. Also, das ist eure Entscheidung. Ja, das ist eure Frage. Ja, die da. Wir wollen sie nicht. Wir wollen sie nicht. Genau da. Wir wollen sie nicht. Nächste Reiterung 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 weil ich kann da auch nichts gegen machen, weil ich habe schon die 4GB-Patch installiert und auch den CFF-Explorer genommen, dieses Dingchen da dran gesetzt. Die Nächste Reitestelle, vermisst in der Weg. Wo haben Sie denn Ihren Flurschein hier abrühren? Moin! Eine Einzelfahrt, Gesamtbereich brauche ich. Danke! Nächste Haltestelle, Sofie Terrasse. Ich sage jetzt erstmal, während der Fahrt nicht, dann können wir die Mühle erstmal genießen. Ich hätte gerne einmal Großflutbereich. Sie haben hier zu... Sie haben hier zu... Sie haben hier zu... Sie haben hier zu... Sie ist noch kleiner vielleicht? Das ist ja eine Kinderkarte. Wann ziehe ich jetzt noch meinen Fahrschein? Ja, am Ende dieser Fahrt werden wir noch ein paar kleine Institutionen hier im Bus zeigen. Untertitelung des ZDF, 2020 Einbahnnahbereich. Guten Tag, guten Morgen. Moin. Wo ist mein Fahrschein? Hallo? Danke. Nächste Haltestelle, Mütterstraße. Ja, was ich euch noch erzählen könnte, ist, was ich auch völlig lustig fand, letzte Woche, in der Zeitung. Ja, die Bayern haben leider gewonnen gegen Dortmund im Superkarten. Leider mit 2-0. Und ja, ich fand es natürlich nicht so schön, als der Reverie den links hier den Passlack gehauen hat. Also das ist auch nicht so nett. Aber so ist das in dem Fußball. Okay, das muss man eben so hinlegen. Moin. Guten Morgen. Ah, mein Nahbereich. Ah, das ist... Danke. Bitte den Fahrschein für den Nahbereich. Achtung! Ah, mein Tag ist gerade neu geworden. Aber Tageskarte neu geworden. Ah, das ist noch kleiner vielleicht. Einmal Nahbereich, bitte! Wir haben ja viel. Dankeschön. Nächste Haltestelle, Funtme. Oh, Krankenwagen ist auch neu in OM7. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Moin Moin. Guten Morgen. Bitte einmal Einzelfall Großbereich. Danke. Eine Einzelfall Großbereich. Oh, das ist auch ein bisschen viel. Oh, das ist auch ein bisschen viel. Oh, das ist auch ein bisschen viel. Also der, der geht so nicht, oder was? Nächste Haltestelle, Bahnhof am Tor. Übergang zur S-Bahn, die Regionalverkehrslinie und zur Fernbahn. Ui, wie fällst du denn? Moin Moin. Bitte einmal ein Neu-Uhr-Tag. Guten Tag. Bahnzeit. Guten Tag. Sie haben den Fahrschein für den Nahbereich? Sie haben den Lagen? Bitte den Fahrschein für den Nahbereich. Sie haben den Lagen? Der Lagen? Oh, meine Leute. Du kannst ja dann fahren. Wie war's am Tor? Wie war's? Du bist mir. Ja, ich war's. Wie war's? Oh, nein, ja, ich war's. Ich war's. Mike! Nächste Haltestelle? Die Nahstürfers Platz. Komm an, wir fahren sie denn. Moin. 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 Sag, einmal Großbereich bitte. Arm ist noch kleiner vielleicht? Ja, was ich noch erzählen kann ist, wenn Noten im Einzelnen 2 die Feuerwehr-Simulation auskommt, auf den Platten, werde ich hier auch let's playen. Kommst in September aus. Kommst in September aus. Kommst in September aus. Ui, wie fährst du denn? Ui, wie fährt denn der? Ui! 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 Nächste Halterstelle Das ist Wahnsinn! Sie sind ungewickelt hier! So geht das nicht! Hallo! Einmal Namen her, bitte! Wir haben ja viel zu viel Rappen! Danke schön! Hallo! Haben Sie es noch kleiner vielleicht? Einmal Großbereich bitte! Schreibt uns mal in den Kommentaren, wie ihr das findet mit dem Amt und Gack und Nachte! Und sie sagt ja auch, ob das wirklich schon einer ist! Oh nein! 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 Da sagt es mir, wie es denn hier in dieser Gasse hier aussieht, wo wir gerade lang gefahren gegen die Gegenstraße. Ob das jetzt in einer von euch in Hamburg wo und schreibt es in die Kommentare und sagt mir, ob das wirklich dann so aussieht. Mit den ganzen Einkaufspassagen und sowas, was das wirklich in ihm echt aussieht und was in Hamburg dann gemacht werden und was wirklich viel, ich glaube, es ist auch ein Kampel. Ich würde mich mal interessieren, wie er Trockmann ganz aussieht, wie es hier genauso aussieht. Oder der Hauptbahn, der sich mit der Hauptbahn aus dem Bahnhof in Hamburg und der Bundesliga. Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn die Linie 109 wirklich so real auch ist und alles real aussieht, wie man die 2. Wenn die Gebäude auch real sind und daraus schreibt es in die Kommentare. Das hier. Natürlich auch wenn ihr die 688 hier sehen wollt. Und dann schreibt es mir in die Nachkriegel. Dann schreibt es mir in die Kommentare. Moin. Satuern ist hier sogar, hier wird auch in echt so Satuern stehen, schreibt das auch in die Kommentare bitte, wenn einer auch mal aus Hamburg muss, schreibt das im Medien. Schreibt das wirklich mal in die Kommentare, ob der U-Bahnhof Stein-Thor-Damm auch wirklich so aussieht und die Taxis natürlich, schreibt das in die Kommentare, wenn einer aus Hamburg ist und einer von uns aus Hamburg ist, oder in Hamburg jetzt auch getront, schreibt das in die Kommentare, ob die U-Bahnhof 109 genauso aussieht wie in echt und die Busse auch aussehen können. Ja, das ist natürlich nicht so, ob es diese Tango hier, die wir jetzt hier gerade fahren, sind da hinten und so, dass sie kaum auf Hamburg sind, da kommt der U-Bahnhof eingesetzt, ist das bei der U-Bahnhof 109. Ambo. 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 Startende und ja, es ist auch das Ende unseres Let's Plays, unseres Videos und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt, es interessiert mich jetzt wirklich mal und auch ganz wichtiger Hinweis, am 25. August der Fernbus Simulator nur bei mir zum Let's Play nächste Woche am Donnerstag und was ich euch sagen wollte noch, wenn, schreibt es in die Kommentare, soll einer in die Kommentare schreiben, wenn von euch einer aus Hamburg stammt, ob das wirklich so aussieht in Hamburg und ob die Linie 109 wirklich real ist, also ob es die auch in echt, ob das wirklich auch alles genau in echt aussieht und die Haltestellen in echt aussehen und sowas, schreibt es in die Kommentare, ich würde mich sehr freuen, wenn einer von euch aus Hamburg stammt und mir zusieht und mal dann in die Kommentare unten schreibt, ob das wirklich so aussieht, die Linie 109 in echt, das würde mich freuen und kann einer mir dann auch reinschreiben in die Kommentare und sagen, was denn so real ist und was auch wirklich real ist an der Linie 109, ob die wirklich auch real sind und genauso aussieht wie ein Ormsi 2, das interessiert mich mal, ja und ja, dann abonniert mich, also abonnieren nicht vergessen und ich würde mich freuen, ich habe im Moment nur zwei Abonnenten, ich würde mich freuen, wenn es noch ein bisschen mehr Abonnenten sind und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da auf dem Video und schreibt in die Kommentare, was jetzt nächstes sehen wird, vielleicht auch eine andere Simulation und, äh, oder den Train Simulator 2016, schreibt es in die Kommentare und, äh, oder noch mehr von Hamburg sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, lasst mir ein Like da und, äh, abonniert mich und, äh, dann sehen wir uns bis nächstes Mal, ne, und Fernbus Simulator nächste Woche, nicht vergessen, bei mir auf dem Kanal. Tschüss!